Ich warte, bis ich seinen Nuttendiesel atomisiert habe. Dann lässt es uns weiter lernen. Nein, ich hab's jetzt drauf. Was ist das? Mann, er hat gesagt, er kümmert sich. Bitte mach das weg, schnell. Hau drauf, hau doch drauf. Nein, wirst du wahnsinnig, wenn ich da drauf war, spritzen die Eier überall. Hanni, mach die tot. Du spürst das Klo runter oder irgendwie irgendwas. Ja, lass die Augen. Oh Gott, wir kommen her. Das ist widerlich. Oh Gott, oh Gott. Ich sag dir, wenn du wieder aufmachen kannst. Ist sie weg? Jetzt kannst du wieder aufmachen. Okay. Was bist du denn für eine Tossi eigentlich? Wenn du nicht da gewesen wärst, dann hätte ich das auch tot gemacht. Ja, natürlich, klar, klar. Da ist noch einer. Das ist nicht witzig. Du bist so bescheuert. Aber ich weiß doch, es tut es nicht. Was? Oh, was? Nein, nein, nein. Ah, ah.